He he he, das wäre also geschafft, dann muss ich mich wohl nach einer größeren Herausforderung umsehen. Oh ja bitte, ich freue mich schon darauf. Okay, also Fahrrad. Äh, achso ja, da. Weil wir brauchen ja noch ein Rätsel mindestens. Ja, und das muss ja irgendwo da sein, wo das... Okay, wollen wir Chancelain zuerst? Ähm, ja. Blup. Ist da was? Ja. Yay, wir haben's. Follotech-Teilung. Äh, nochmal Poponio? Nee. Wollen wir mal probieren, ob es einer von den beiden ist? Wie hieß der jetzt eigentlich? Benni! Benni, genau, den Namen hatte ich auf deinem Screenshot gesehen. Ja, ich hab nochmal erst dann... Okay, Benni war's nicht. Um den nochmal zu finden. Ringo, okay, ja, ja, Poponio. Popo, Poponio, Popo, 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 Poponio. Ringo ist es. Oh, Ringo, der Star in diesem Spiel. Sie sehen ja alle ganz schön beschäftigt aus Ich persönlich bin für heute fertig mit der Arbeit Aber, Trommelwirbel, nicht, dass ich viel geschafft hätte Nachdem ich den ganzen Tag mit dem Rätsel hier verbracht habe Yo, go Ja, ich bin auch traurig, wenn das so weitergeht Wie bitte? Ach nee, ich mag das nicht Zwei Leute reden im Büro über die Arbeit am Computer Meine Verhält sich heute seltsam Ich wusste gar nicht, dass du ein Haustier hast Die Unterhaltung scheint keinen Sinn zu geben Schau mal, ob du herausfinden kannst, welches Wort mit vier Buchstaben anstelle von Äh, vier Buchstaben? Oh Gott, jetzt müssen wir Das ist jetzt Oh Gott Wahrscheinlich ist es eins mit drei Buchstaben My, hm, 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 ist heute Mit vier Buchstaben anstelle von, hm, 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 stehen kann Büro, Arbeit am Computer Ich kann mir denken, was es ist Oh nein, oh nein Was? Wir können dieses Rätsel nicht lösen Warum nicht? Das ist, das ist Übrigens, ich weiß die Antwort schon Wollen wir das Rätsel auslassen, punkte technisch? Ja Ich geh erstmal an die Tür Okay Okay Ja, okay Wo ist hier bloß? Was? Es geht um das Abendessen Ja, ich hab dich gehört Ja Ja Wir werden doch heute essen gehen, oder? Ja Ja Und wie war das, dass du mich dazu kriegen musst? Nein, weil ich dachte, du wolltest vielleicht nicht, weil du warst das so raus nicht so sehr Ja Also Muss hier doch nur so sein Also, übrigens, wollen wir jetzt, möchtest du, möchtest du dir den Punkt holen, in dem du jetzt die Lösung sagst, oder wollen wir zum Beispiel dieses Rätsel als Na, ich weiß nicht, ist es PET? Äh, nein, ist es nicht Ich weiß die Lösung trotzdem, und zwar, es geht um ein Buch, äh, Wort mit vier Buchstaben, welches auch ein Haustier darstellt Und ich bin jetzt gespannt, ob ich, wenn ich, wenn ich, krieg ich den Punkt, wenn ich es schaffe, das auf Japanisch zu lösen Wenn du es auf Japanisch lösen kannst, kriegst du den Punkt Nein, das nicht Äh Wenn du mir vorher sagst, was du meinst Also, erstens mal, ja, im Deutschen müsste es Maus sein, steht sogar da drin Ja Aber, also, das kann man ja jetzt hier nicht machen Ja, eben, deswegen, also, ich, ich versuche gerade mal Ich bin, also, ich, ich, ich werde mich jetzt eines Hilfsmittels bedienen, und, ähm Äh Ja Dann kriegst du aber nicht den Punkt Nee, dann, nee, aber ich, ich weiß ja jetzt nicht, wie, wie, oder warte mal Ich mach was Du musst einfach Maus eingeben, Deutsch, oder? Okay, ich, ich versuche ein, ich versuche was anderes Ich nehme mir wenigstens eine, äh, Katakana-Tabelle Ist das noch okay? Weil, ich hab die jetzt wirklich alle nicht im Kopf So Okay, das darf er Äh, er hat jetzt nur so eine Tabelle mit den einzelnen Zeichen Okay, äh, wo ist das, was ich wollte? Wenn's das Ma ist, dann... Da ist es, ja Ich versuche das mal nachzuzeichnen Ma, okay Und, okay, komm, dann kann ich das auch Ja Das ist aber scheiße Es muss ja nicht mal stimmen, ne? Ähm... Ist das dann Mause? Mausu Mausu Mausu, wo ist Mausu? Da Hm, das sollte reichen, denke ich Nein, leider nicht Und, aber ich hab's auch Okay, ja, äh, hm 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 Ich bin am überlegen, was könnte es dann sein? Oh, oder ich würde jetzt sagen, wir, wir lassen den Punkt sein Ja, wir lassen es lieber Aber dann... Aber, nein, ich, wir lassen den Punkt sein, aber ich wüsste gerne Mit Übersetzer jetzt, was die Lösung ist, damit wir sie eingeben können Okay Okay Okay, äh Also, niemand kriegt den Punkt Ja Finde ich, finde ich auch gut Okay Radon Das haben wir aber gemacht Mausu Ja, hatten wir, oder? Ja, hatten wir Hatte ich, äh, irgendwie was anderes da stehen? Mausu Ja Hatten wir Das ist... PC, Mausu Ja, eben, das ist... Oder, Moment Oder, meint die vielleicht eine andere Schriftart? Computer no Mausu Das ist immer... Ja, aber meinen die vielleicht einfach eine andere... Nicht Katakana, sondern was anderes, oder? Na, man kann ja nur einen Katakana anscheinend eingeben Ich kann gerne mal versuchen... Ich versuche mal, das, äh, einen Hiragana einzugeben Geht nicht Okay Okay Ja Das No hat da nicht angenommen, als... Aber dann, äh... Okay, aber dann lassen wir es erst mal... Wir lassen es erst mal, genau Okay Es ist... Ist natürlich interessant, vor allem... Ich hätte nicht gedacht, dass da so viele, ähm, regional verschiedene... Ja, ich weiß, man sah kurz mein Gesicht Oh Was? Man hat kurz mein Gesicht gesehen, wo ich... Oh Rat... 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 Vielleicht ist es ja... Rat, glaube ich, war es eher Nee, Rat, also... Ja Ähm... Aber ich glaube nicht... Also, beziehungsweise... Wenn... Wenn die Computermaus im japanischen... Also, man... Ich konnte ja auch kein R eingeben Da... Da würde er mir auch bloß ein Mar anzeigen Also, ja, abbrechen, ab... Ja, dann aufgeben, naja Ja Aber... Aber eventuell gucke ich einfach nur so der Vollständigkeit halber nach dem... Nach der Lösung, weil wir haben es ja an sich gelöst, nur halt nicht auf japanisch Ja, aber das machen wir, glaube ich, dann nochmal extra... Ja Ja, genau Das war das dann nochmal kurz nachfolgen Und jetzt... Aber das war ja eigentlich das einzige, was wir nicht mehr hatten Also, wenn jemand zufällig eine Idee in den Chat schreiben möchte, dann aber auch auf japanisch dann... 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 Welche Nummer war das dann das Rätsel? Äh... Wären wir... Vielleicht gleich... Oh, äh... Nein, weiß ich nicht mehr Irgendwas in den 20ern Warte, ich kann mal kurz an den Rätselindex schauen Ich glaube, da ist es da nicht drin Wenn wir es nicht gelöst haben Natürlich Wir können höchstens gucken, welches da fehlt Siehst du? Wie bitte? Oh doch, wie bitte? 29 29 Rätsel... Ja, steht da so Hat ja Kira dann sogar Okay Kein Platz im Terminkalender für ein Rätsel? Dann vielleicht ein andern Mal Was? Maus ist die Lösung? Hat es aber eben nicht angenommen Hm... Wäre ja fies, wenn jetzt durch meine Übersetzungsarbeit das Rätsel gebrochen, also kaputt ist Ja, wir gucken einfach nochmal Ja... Ich meine, ich hat es ja eingegeben Ihr habt es ja alle gesehen Das wurde sogar auf dem Bildschirm so angezeigt Und ich habe es ja auch dann so eingegeben Ja... Na gut, dann halt nicht erst mal das Ja, dann machen wir erstmal den anderen Fall Äh... Haben wir jetzt wirklich alle? Ja, wir haben die Stimmt, wir haben alle Rätsel Außer das natürlich Ja, und wir haben auch alle Rätsel müssen Okay, die Ermittlungen unterrücken... Ja... Zurückkehren Möchtest du den bisherigen Fortschritt speichern? Äh... Ja Hi Hops, jetzt habe ich das überspeichert Ist ja nicht so schlimm Es gibt ja zur Not noch den Stream Ja Den kann ich mir ja dann im Nachhinein runterladen Hm... Eventuell unlösbare Rätsel 1 Verbacktes Rätsel Nummer 1 Verbacktes Rätsel war 2 Was? Echt? Ja Das war aber lösbar Ja Es war nur auf Japanisch Japanische Rätsel 2 Okay, in diesem Fall Verbacktes ist 1 Ja Hey, ich kann ja mal ein bisschen hier ran Ja Bla 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 Seveloi Ja ja, da ist Emilia Emilia Na... Na Emilia? Das heißt Emiliana! Okay komm, Hinweismünzen Achso, Hinweismünzen sind wichtiger als Emiliana? Ja Gut dann... Ah, diese Neonlichter Das Londoner West End hat so viel Energie Wäre vielleicht etwas geschmackvolles Neon auch eine gute Ergänzung für das Schild über unserer Tür? Nein Na Bei diesen vielen Lichtern wird mir ganz schwummerig vor Augen Ah Das Schild muss man voll... Von... Muss man voll weit sehen können Es ist sehr riesig und voller Licht Allein der bloße Anblick dieses Schilds ist schon der reinste Nervenkitzel Ach, ich bin so... Erregt Versuchen diese beiden da einander niederzustarren? Was ist das denn für ein Film? Ja Genau Ich hab alle Hinweismünzen auf jeden Fall 1 Oben links im Tower Und rechts in der Lampe Ja, die hab ich Ja Und eins links beim Eingang Hier Hier, 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 hier Rechts Da Okay Übrigens, ich glaub da hinten ist schon wieder unser Freund Der gerade uns das unlösbare Rätsel gesteckt hat Den nennst du Freund? Und... Hm... Und diese Ignoranten nennen sich Fans Oh, hallo! Sind sie denn ein Fan von Reggie Direktor? Wie lange ich schon Japanisch lerne? Also, wenn man's mal am Stück betrachten würde, vielleicht... Drei Wochen Wenn man's mal... wenn man mal die einzelnen Versuche so mit deren zwischenzeitlichen Zeitspannen nehmen würde, dann wahrscheinlich schon so zwei Jahre Okay Okay Okay, ähm... Ich bin... achso Ich... ha... Bitte stellen sie mich nicht in die gleiche Ecke wie diese... Trommelwirbel... sogenannten Fans Ich bin ein wahrer Szeniast Kein Fan Vorsicht nicht zu klappen Ja, ich weiß Ich hatte nur eben kurz Pern Ah, mein 3DS Aber jetzt ist... Da ist kein Kabel dran, deswegen war ich grad verwundert Oh, mein Stylus Was ist denn jetzt passiert? Was hab ich jetzt gemacht? Was hast du gemacht? Was hab ich gemacht? Was hast du gemacht? Ich hab die Szene gewechselt Ich hab jetzt auch gedacht, was war Nu? Oh, ich hatte grad schon Also geh ich lieber in dieses Fenster, damit das nicht nochmal passiert So Ich hoffe ich hab den Stream nicht gestoppt Nein, Stream läuft noch Ja, alles gut Also hast du das Wie bitte schon? Ähm... Wie bitte? Ja, dieses Rätsel Von ihm Welches wir nicht lösen konnten, ne? Okay, äh... Ich habe jeden einzelnen von Reggie die... TAS! Was war da? Ich hab versucht, das Badekabel unten zu befragen Ah... Entschuldigung an alle Leute mit... Advancen Ja... Wenigstens fast ich Ausnahmsweise mal nicht Ja... Da bin ich schon ganz froh drüber Es tut mir leid Es ist okay Es tut mir leid Komm, wir nass mal Ach, willst du noch mal... Äh... Fran... Franpanisches... Franpanisches... Was ist denn? Franpenglisch Franpenglisch Franpenglisch... Ne... Franpenglisch? Oh Gott, ist das jetzt... Nein, wir machen... Doi... Franpenglisch Keine Ahnung... Okay, komm, weiter Okay... Hm... Äh... Arbeiten... Bla 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 Trommelwirbel Oh, tja... Aber das hattest du eigentlich gar nicht vorgelesen Nö, hatte ich nicht... Will ich nicht! Ich verstehe... Dann sind sie sicher kein geföhnlicher Fan Das ist mal sicher Ich hab gesagt, ich bin kein Fan Ganz genau Sie werden sogar feststellen, dass... Rektors frühe Werke waren anspruchsvolle Kunstwerke für echte Kenner des Kinos Aber in letzter Zeit hat er es nur auf Futter für den Pöbel abgesehen